Sollte ich das Video nochmal beendet, weil ich habe kurz Foto von diesem Eweco-Bus fotografiert. Ich weiß, diesen Bus gibt es auch in Nizza, in Frankreich auch. Sie sehen genau gleich aus. Wir sind gerade in Spanien, Mallorca. Ich filme vor, ich bin ein bisschen Busse. Jetzt fährt gerade dieser Reisebus. Ich weiß, da sind viele Busse unterwegs. Nix. Ein grauer habe ich schon gesehen. Es steht noch ein großer Reisebus. Der Busshaarer macht ein bisschen Pause, fährt auch schon bald. Ich denke, das ist eine Busshaarerin mit dem neuen Gelenkbus. Ja, der fährt auch schon gleich los, aber es sieht ziemlich cool aus. So, jetzt kommt der nächste Scania-Bus. Ich weiß, die Linie 25. Und das Linie 35, ein bisschen andere Richtung. Ich muss hier von der anderen Hand halten. Okay. Direkt er sich hier. So, jetzt fährt da einer mit einem großen Reisebus raus. So, jetzt fällt einer mit dem großen Reisenbus raus. Kormas Okay, das ist unsere Firma Das fahren aber eh schon wie viele Autos Okay, der fährt jetzt weg Was kommt der? Dieser Bus Was kommt der nächste Bus? Ah, es sind ja 1-2 nach Airport, also nach Flughafen Interessant Jetzt wird er weg Jetzt wird er weg 3-3 nach Aquarium Irgendwie ist es hier Ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, man sieht das. Oh, man sieht das. Oh, man sieht das. Oh, man sieht das. So, als hätte gleich ich diese Bus los. Ich nehme jetzt auch noch. Ich nehme jetzt noch. Ich nehme jetzt noch. Ich nehme jetzt noch. Okay.